BND-Gesetz stoppen forderten am Nachmittag Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Zum Protest aufgerufen hatten unter anderem die Organisationen Amnesty International und Reporter ohne Grenzen. Die Bundesregierung will dem BND mehr Freiheiten geben. Über ein entsprechendes Gesetz wird morgen abgestimmt. Die Demonstranten kritisieren, das Gesetz ermögliche dem BND einen nahezu ungehinderten Zugriff auf die Kommunikation von Bürgern. Besonders betroffen sei auch die Kommunikation von Journalisten und Anwälten.